Yo, was geht ab und willkommen zu dem ersten Part der Pokémon Kristall Randomizer Nazlock Challenge. Und ich bin gerade die ganze Zeit so dabei, Omega Rubin zu sagen, weil das jetzt so die zweite wirklich richtige Randomizer Nazlock ist, die ich hier auf dem Channel mache. Und ja, ich bin auf jeden Fall ziemlich aufgeregt, gerade weil die Starter-Pokémon ja von euch entschieden wurden, beziehungsweise das Starter-Pokémon. Und ich kann schon mal so viel sagen, es ist wenig überraschend. Wenig überraschend auf jeden Fall. Wir haben nämlich, äh, okay, bevor wir wirklich anfangen, an der Stelle vielen, 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 vielen Dank an alle, die so tatkräftig abgestimmt haben und ihren Kommentar dargelassen haben. Ihr seid super, ohne Scheiß. Das war der Support, allein schon für die Folge 0, ist schon richtig krass. Und da muss ich sagen, vielen, vielen Dank, Leute. Vielen, vielen Dank. Und, ähm, ich würde sagen, wir gelegen uns sofort los, weil sonst wird das Video nachher 40 Minuten lang und wir haben nicht mal das Starter-Pokémon bekommen. Also, wir hatten die Auswahl zwischen Covapo, dem Wasser-Pokémon, dann hatten wir als anderes Pokémon Hut-Hut, das Flug-Pokémon und dann haben wir Stahlos, das Stahl-Pokémon. Und ich kann schon mal so viel sagen, es überrascht mich, äh, recht wenig. Muss man auch dazu sagen. Ähm, ich fange einfach mal mit dem hinteren Platz an. Auf dem letzten Platz mit 30 Votes, und da muss ich sagen, Hut ab, das ist wahrscheinlich nicht schlecht. 30 Votes hat leider nicht ganz gereicht für ein Foto-Quapo. Sorry, wäre zwar cool gewesen, aber sind wir mal ehrlich, Quapo lernt auch, glaube ich, gar nichts mehr. Ich glaube, das lernt noch Überroller auf Level 25 und dann war's das. Also, normalerweise. Ich weiß jetzt nicht, was es dann jetzt lernen würde, aber ich glaube, den letzten Angriff hat es noch 25 gelernt. Deswegen, schade, dass Quapo nicht gewonnen hat. Quapo wäre ein gutes Pokémon, wäre sogar voll entwickelt, aber... Gut, Quapo ist es nicht geworden. Und dann wurde es richtig knapp. Dann wurde es richtig knapp, weil dann die Auswahl zwischen Hut-Hut und Stahlos war. Und es hat mich nicht gewundert, dass so viele Leute Hut-Hut gewählt haben. Allerdings muss man sagen, mit 41 Votes relativ knapp gescheitert ist Hut-Hut. Und mit 45 Votes hat Stahlos gewonnen. Also, ich muss auch sagen, dass viele Stahlos wollten, habe ich mir schon fast gedacht. Aber als ich so auf das Hut-Hut reagiert habe, dachte ich, okay, die Leute wollen mir jetzt echt eins reinwürgen und lassen mich jetzt Hut-Hut nehmen. Was nicht schlecht wäre, allerdings gerade so für den Beginn einer Nuzlocke wäre Hut-Hut schon ein bisschen krass gewesen. Und dementsprechend bin ich auch persönlich ziemlich froh, dass Stahlos gewonnen hat. Und ich würde sagen, wir nehmen Stahlos einfach. Entscheidest du dich für Endivir das Pflanzen-Pokémon? Ja, natürlich, Endivir das Pflanzen-Pokémon. Und wo ist mein Handy eigentlich? Weil ich möchte eigentlich... Moment. Ich möchte erstmal mein Handy haben. Weil... Oh mein Gott. Hilfe. So. Weil es jetzt darum geht, den Spitznamen für dieses Stahlos zu bestimmen. So. Wir müssen uns auch keine Sorgen über irgendwelche Wesen oder so machen oder irgendwelche Fähigkeiten. Und das gibt es ja in der zweiten Liter noch nicht. Deswegen bin ich froh, dass ich einen Stahlos bekommen habe. So. Und wundert euch nicht, wenn es hinten mal laut wird. Und ich auch mal kurz den Ton abstelle, wie jetzt zum Beispiel. Hm. 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 So, also wie gesagt, sorry an der Stelle, dass es dann im Hintergrund mal so laut wird, aber wenn ich dann gerade aufnehme, fliegt dann plötzlich wieder ein Flugzeug hier drüber und dann wird es dezent laut. Und ich habe mich dazu entschieden, dieses Stalos... Ähm, genau, wir gucken jetzt erstmal, ob es männlich oder weiblich ist. Wir gucken jetzt erstmal, wir geben einen Spitznamen, weiblich, passt mir super gut. Dann habe ich nämlich jetzt sogar schon den perfekten Namen für dieses Stalos gefunden, nämlich die Patin für dieses Stalos ist Monika Schürmann. Vielen Dank auf jeden Fall für dein Vote, Monika. Du bist jetzt das Stalos und ich schreibe dich jetzt auch klein. Monika. Und wenn zwischendurch mal kein Flugzeug irgendwie die Geräuschkulisse bereichert, ist es einfach ein Bus, der wieder vorbeifährt. Mr. Pokémon, der Bus, Mr. Pokémon, der Bus, naja, ist ja auch egal. Okay, Mr. Pokémon lebt ein wenig nördlich von Rosalia City, dem nächsten Ort, der Weg führt dich fast direkt dorthin. Dort kannst du es nicht verfehlen. Aber nur für den Fall, dass... Hier ist meine Nummer. Ruf mich an, wenn es etwas gibt. Yes! Ich habe die Nummer von Lind. Jetzt kann ich Telefon-Terror machen. Ist dein Pokémon verletzt, sollst du es mithilfe dieser Maschine heilen. Benutze es so oft, wie du willst. Daniel, ich zähle auf dich. Oh, hallo, wer bist du denn? Daniel, ich möchte, dass du das nimmst. Dankeschön! Freie Tränke sind in der Nasalock immer gut. Da brauche ich sie selbst nicht zu kaufen. Und natürlich sei gesagt, dass die Nasalock erst beginnt, sobald ich Pokébelle habe. Also sobald ich Pokébelle habe, beginnt erst die Nasalock. Heißt, wenn ich jetzt wieder erwarten, irgendwie gegen den Rivalen verlieren sollte, dann ist die Nasalock noch nicht vorbei, erst wenn ich Pokébelle habe. So, wir schauen uns aber kurz mal Monika das Stalos an. Und, uh, 23 KP. Wieso kann Stalos Aqua Knarre und Glut? Ha, okay. Kann ich mit leben. Kann ich mit leben, allerdings kommt das ein bisschen unerwartet. Aber ich bin ja eher mal darauf gespannt, was so für Pokémon hier auftaucht. Oh, hallo, Sneebel. Hallöchen. Los, Monika. Komm, direkt mal Glut machen. Leitteiler. What? Was? Hör auf damit. Ugh. Ah. Leitte... Uah. Chill, Sneebel. Chill. Ach, du Scheiße. Ich muss mich jetzt dran gewöhnen, dass der EP-Balken genau anders herum geht, weil... Ich glaube ab Diamant-Perl? Oder war das auch schon ab der dritten Gen? Ging der ja von links nach rechts. Jetzt geht der ja von rechts nach links. Okay, das ist ein bisschen verwirrend. Und... Super cool. Super cool. Gefällt mir. Sneebel und Mantax. Sneebel kann auch Leitteiler. Okay. Das ist richtig heftig. Also ich bin... Ich weiß nicht, ich habe jetzt schon lange 2. Gen nicht mehr gespielt. Klar, ich spiele zwischendrin... Ähm... Was denn eure Lieblings-Gen ist. Oder eure Lieblings-Edition. Ne? Wird mich einfach mal interessieren. Weil... Ich persönlich... Finde ja, dass... Äh... Zweite Gen sowieso ziemlich cool ist. Oh wow. Eine Beere erhalten. Ah, cool. Dankeschön. Beere. Die könnten wir eigentlich auch direkt mal... Die könnten wir eigentlich auch direkt mal Onyx geben. Dann kriegen wir auch mal das Gegengift. Ein kostenloses Gegengift nehme ich gerne an. Kein Problem. So. Äh... Ich persönlich finde ja 2. Gen richtig gut. Das war... Damals, als dann so... So 2. Gen angekündigt wurde. Dann gab es ja noch dieses... Ähm... Dann gab es ja auch Kid-Zone. Und... Äh... Dass da dann... Angekündigt wurde... Oh! Scheiße! 2. Gen! Das war richtig, richtig nice. Also... Kann ich nicht anders sagen. Das war richtig, richtig geil. Nein! Nein! Blub-Strahl! Äh... Hallo? Sneebel? Hörst du bitte auf damit? Jetzt habe ich meine Beere schon verschwendet. Jawoll! Äh... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Äh... Warte mal. Wie mache ich nochmal einen Speed? Ah, okay. Gut. Es ist noch mal kein Meister von mir gefallen. Wenn du willst, bringe ich dir ein paar Tricks bei. Äh... Äh... Ja... Äh... Ja... Also gut, folge mir. Okay, das speeden wir einfach mal. Denn... Äh... Ich muss nicht unbedingt wissen, wie... Was ein Pokémon Center ist, was ein Markt ist, was man am Meer machen kann. Ich will einfach nur das Kartenmodul haben. Dankeschön. Oh, guck mal. Das ist wieder ein Flugzeug. Schön, dass die heute wieder vorbeifliegen. Es ist mir richtig krass, dass die immer dann vorbeifliegen oder hier über die Wohnung fliegen, wenn ich gerade aufnehme. Das ist unglaublich. Krass. Also, sorry, wenn es im Hintergrund wirklich zu laut ist. Das ist aber wirklich auch nur so für eine Minute und dann ist es hoffentlich auch wieder still. Und ich werde, ähm, den Speedbutton so wenig wie möglich nutzen. Also, kann ich euch da schon mal beruhigen. Ähm, allerdings wird es auch dazu kommen, dass ich ihn mal nutze. Gerade, wenn ich dann so... So, so Sachen mal eben skippen will. Die dann auch wieder viel zu lange dauern. So, oh, ein Nidorino. Okay. Antikraft. Ja gut, bringt nichts, aber... Hallo? Antikraft? What? Glut? Oh, super. Doppelteam. Ah, natürlich. Ich treffe schon nicht mehr nach einem Doppelteam. Ach, wir machen nochmal ein zweites Mal Doppelteam. Ja, natürlich. Klar. Dankeschön, wenigstens treffe ich. Halt jetzt auf damit! Junge! Ah! Brenner! Bitte! Ja! Es brennt! Jetzt lösche ich das Feuer wieder! Das Feuer in deinen Augen ist... Nein, okay. Wir lassen das mit den Digimon-Entros. Uh, 50 EP. Nice, nice, nice. Ich bin mal gespannt. Was gibt es denn hier noch so? Nein. Bitte alles. Nur nicht zu, Bert. Ich mein, X-Bud ist ein cooles Pokémon. Versteht mich nicht falsch. Das ist ein 7. Gen 2-Bud. Das kann einfach Absorber. Das ist ein 7. Gen 2-Bud. Aber wie gesagt, versteht mich nicht falsch. X-Bud ist ein richtig gutes Pokémon. Aber ich sehe so viele Leute, die X-Bud nutzen, wo ich mir einfach nur denke... Das ist einfach so... Das ist einfach so... Muss nicht sein. Und... Glut! Du schaffst das! Monika! Yes! Nicey! Monika, ich glaube, 6. 30 Punkte in der Verteidigung! Junge, das ist eine physische Wall, wie sie im Buch steht. Nur Potrott ist besser. Eine Beere erhalten. Dankeschön. Warte, kriege ich hier drin auch nochmal eine Beere? Es ist wichtig, mit so vielen Leuten wie möglich zu reden, weil... Es ist auf jeden Fall... Es lohnt sich auf jeden Fall. So, es lohnt sich auf jeden Fall, immer mit jemandem zu reden, um freie Medizin zu bekommen. Und ein Superball? Hallo? Ich meine, ich habe die... Ich habe die Items gerandomized, aber direkt schon ein... Warte mal! Heißt das jetzt, die Naslog hat begonnen? Äh... Das war... Oh, scheiße! Nein, oder? Wieso finde ich jetzt eine Pokéball? Ja... Hm... Ja... Äh... Äh... Ich habe gerade ein Problem. Gut, die Naslog hat begonnen. Ich habe... Ich habe ein Pokéball gefunden. Und mich führt ein Zubat. Sehr schön. Warte mal, der Sympa-Ball. Was macht der Sympa-Ball eigentlich? Moment... 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 Sympa-Ball... Sympa-Ball? Dankeschön. Äh... Fängt anderes Geschlecht leichter. Weißt du, ganz ehrlich, ich habe jetzt gedacht, der hat irgendwas damit zu tun, dass die Zuneigung erhöht wird. Nee, stattdessen fängt er einfach dieses männliche Zubat eher. Äh... Das war jetzt relativ unfreiwillig. Eigentlich war ja geplant, dass ich jetzt, ähm... ...den Rivalen vielleicht besiege oder so. Und... Das war's dann. Allerdings... ...habe ich nicht damit gerechnet, jetzt schon ein Pokémon fangen zu können. So, dann gucken wir mal, wie könnten wir denn dieses männliche Zubat denn nennen? Äh, nee. Wir schwächen es nicht weiter, sondern schmeißen direkt unseren Sympa-Ball. Okay. Super. Zubat wurde gefangen. Okay. Ich würde sagen... ...wir nennen das Zubat... Hm... Hm, wie könnten wir das Zubat nennen? Lass mal gucken. Hm... Wir nennen das Zubat... ...nach wem? Wir nennen dieses Zubat... ...nach jemandem, der... ...für wen gestimmt hat. Lass mal gucken. Ähm... Sorry, wenn das jetzt zu lange dauert. Sorry, wenn das jetzt echt zu lange dauert. Es ist unglaublich. Es ist verdammt unglaublich. Jedes Mal, dass da dieses... ...besch... ...hilsene... ...Flugzeug fliegt. Sorry an der Stelle. Sorry an der Stelle. Tut mir wirklich leid. Und ich würde sagen... ...wir... ...machen... ...brillendes Zubat... ...nach jemandem, der für Quappo gestimmt hat. Nämlich Niklas Reichenberger. Vielen lieben Dank auf jeden Fall... ...für deine Stimme. Tut mir leid, dass Quappo nicht gewinnen konnte. Aber... ...du bist jetzt immerhin ein... ...Teil des Teams. Vielleicht... ...machstimmt dich das ein bisschen... ...glücklicher. Wer weiß. Keine Ahnung. Schauen wir uns mal Zubat an. Niklas das Zubat. Kann nur Absorber. Mhm. Okay. Kann also nur Absorber. Äh... Unfreiwillig hat dadurch jetzt die Nasslock begonnen. Ein Drachenzahn! Junge! Wie krass ist das denn? Das wäre jetzt echt noch cool gewesen... ...wenn ich in diesen Aprikoko-Bäumen... ...auch nochmal so random Items... ...oder in diesen Bärenbäumen einfach nur... ...random was finde. Oh! Hm. Hallo! Du musst Daniel sein! Professor Lindt sagte, dass du vorbeikommen würdest. Professor... Professor Lindt soll das hier untersuchen. Uh! Hallo Rätsel-Ei! Ich kenne ein Paar, das eine Pokémon-Pension leitet. Sie gaben mir das Ei. Ich war derart fasziniert, dass ich Professor Lindt eine Mail schrieb. Was die Entwicklung von Pokémon betrifft, ist Professor Lindt eine Kapazität. Sogar Professor Eich schätzt ihn sehr. Und dann so... Professor Eich denkt sich nur so... Was erzählst du da? Ich gehe davon aus, dass Professor Lindt mehr darüber weiß. Ha ha ha! Na, du bist also Daniel! Mein Name ist Professor Eich. Ich bin von Beruf... ...Pokémon-Forscher. Ich besuche gerade meinen alten Freund Mr. Pokémon. Ich hörte, dass du etwas für Professor Lindt besorgst. Also habe ich hier gewartet. Okay. Oh, was ist das? Ein seltenes Pokémon? Nein. Zwei seltene Pokémon. Mal sehen. Hm, ich verstehe. Ich weiß, warum Professor Lindt dir ein Pokémon für die Besorgung gab. Für Forscher wie Professor Lindt und mich sind Pokémon unsere Freunde. Er erkannte, dass du deine Pokémon liebevoll und umsichtig umsorgst. Ah! Du scheinst zuverlässig zu sein. Möchtest du mir auch helfen? Natürlich! Erst muss ich Professor Lindt helfen. Dann muss ich Pastor Pokémon helfen. Jetzt muss ich Professor Eich helfen. Wem soll ich denn noch helfen? Dies ist die neueste Version des Pokédex. Er erfasst automatisch die Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Er ist eine Art Hightech-Mexikon. Yay! Pokédex! Triff auf viele verschiedene Pokémon und vervollständige den Pokédex. Den werde ich definitiv nicht vervollständigen. Ich bin schon zu lange hier. Ich muss nach Ducatia City zu meiner Radioshow. Ich zähle auf dich. Äh, ja. Kehrst du zu Professor Lindt zurück? Dein Pokémon sieht müde aus. Du solltest eine kurze Pause einlegen. Das wäre schon immer nicht schlecht. Dankeschön. Ich bin auf dich angewiesen. Ja, super. Schon wieder einer, der auf mich angewiesen ist und meine Hilfe braucht. Wie ist das jetzt eigentlich, wenn ich jetzt gegen den Rivalen verliere? Ach du Scheiße! Wie ist das jetzt, wenn ich gegen den Rivalen verliere? Da müsste ja eigentlich die Nasalock vorbei sein. Weil die Nasalock hat ja begonnen. Unfreiwillig, aber sie hat begonnen. Äh. Das, äh. Kommt mir jetzt eigentlich total ungelegen. Ich meine, ich kann relativ schnell sogar leveln. Bis Level 7 oder so. Antikkraft. Also wenn Nidorino sich jetzt nicht unendlich boostet, habe ich kein Problem damit. Habe ich absolut überhaupt kein Problem damit. Sollen wir noch mal Glut? Ich mache meinen Hintergrund auch mal hier mit dem Skype zu. Ja, hör auf. Nidorino! Lass das. Dankeschön. Ah, jetzt macht's Doppelteam. Hör auf! Ah, wenigstens treffe ich. Das ist ja schon mal was. Schade. Ich hätte es jetzt so gut gefunden, wenn, äh, ja, Nidorino jetzt einfach wieder verbannt worden wäre. Ach, hey, cool. Ich treffe. Ach, komisch. Jetzt auf einmal triffst du. 50 EP. Das ist schon krass. Das ist richtig heftig. Und, natürlich sei auch gesagt, falls ich ein Shiny bekommen sollte. Aus mir nicht erfindlichen Gründen. Ne? Das kann ja durchaus sein. Und dann ist es auch erlaubt, dass ich dieses Shiny fange, weil wann findet man schon ein Shiny? Und wann findet man ein Shiny in der Naselock? Und warum kann dieses Radikal Amnesie? Kann es nur Amnesie? Nein, es kann Glut. Ah. Au. Hör auf. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier unbedingt raus. Raus. Ach, dankeschön. Oh mein Gott. Ich mache noch... ungefähr. Ja, ist Level 7. Dann gebe ich dem Stahl aus der Beere. Und dann hoffe ich einfach mal das Beste. Und... ...nehme den Rivalenkampf in Angriff. Oh. Ich weiß nicht. Ich habe so das Gefühl... Das könnte durchaus schwieriger werden, als ich dachte. Unfreiwillig. Natürlich. Oh Gott. So, danach nochmal Glut. Ah, es brennt nicht. Schade. Aber es macht dafür Doppelteam. Yay. Ach, cool. Jetzt treffe ich wieder nicht. Stahlos. Das wäre cool. Wenn du triffst. Tu es! Ah. Dankeschön. Dankeschön. Hat ja doch geklappt. Ein Erfahrungspunkt. Nehme ich an. Es ist ein beschissener Erfahrungspunkt. Jetzt muss ich extra nochmal ein Pokémon bekämpfen. Vielleicht mal was anderes als Nidorino. Weil Nidorino scheint ja schon mal der häufige Encounter zu sein. Ich bin mal gespannt, was der seltene... Das seltene Pokémon hier ist. Jetzt plötzlich ein Entei. Mit... Feuersturm oder so. Uuuuuh. Rabauts. Hi. Was geht ab, kleiner Mann? Also gegen Rabauts hätte ich auch nichts gehabt. Matschbombe. Matschbombe trifft mich schon mal nicht. Matschbombe trifft mich schon mal nicht. Und es landt keine neue Attacke. Ah, Monika, warum tust du das? So, dann nehmen wir mal die Beere und geben das mal Monika. Und dann kommt auch schon der nächste Bus da hinten. Das ist unglaublich. Was hier wieder für ein Verkehr ist. Das ist krass. Guten Abend. Willkommen im Pokémon Center. Wir haben deine Poké machen. Sie wirftet. Dankeschön. Heile sie bitte. Heile sie bitte. Bitte. Da. Oh mein Gott, dieser Bus. Ich kann aber noch keine Pokéballer kaufen, oder? Ich meine, ich habe ja jetzt schon mal einen Sympa-Ball gefunden. Nein. Okay, das heißt, ich muss jetzt gewaltig aufpassen. Ich muss jetzt richtig, richtig gut kämpfen. Weil dieser Kampf... Dieser Kampf jetzt entscheidet, ob ich die Nuzlocke schaffe oder nicht. Hm, du hast ein Pokémon aus dem Labor? Welch eine Verschwendung für ein Schwächling wie dich. Hast du kapiert, wovon ich spreche? Auch ich habe ein gutes Pokémon. Ich zeige dir, was ich meine. Okay. Chill. Er hat einfach Quappo. Warum hat er Quappo? Es ist Level 6. Super. Und ich kann auch nur Aquaknache und Glut. Und es kann auch nicht. Ich brech zusammen. Amnesie und Pilzspore? Willst du mich verarschen oder so? Äh. Was kannst du noch? Eisenschweif. Ja, das halte ich relativ gut aus. Wenn ich dich jetzt noch verbrennen kann. Es macht wieder... Ich... Hör mal! Oh mein Gott. Quappo mit Pilzspore. Pilzspore, Eisenschweif und Amnesie. Ich will aber jetzt auch nicht wissen, wie dieses Quappo Eisenschweif macht. Das will ich jetzt echt nicht wissen. Nein. Das lassen wir schön sein. Äh. Okay. Meine Verteidigung sinkt. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Es wäre jetzt cool. Monika... Oh mein Gott. Es wacht einfach nicht auf. Hör jetzt auf! Bach! Bitte! Auf! Monika! Du schaffst es! Äh! Okay. Okay. Oh Gott! Verbrenne es doch. Es muss doch brennen. Ja. Es brennt. Sehr schön. Dann kann ich nämlich jetzt auch mal eben auswechseln. zu Niklas. Und direkt wieder zu Monika wechseln. Damit ich wenigstens meine Verteidigung wieder normalisiert habe. Aber Eisenschweif geht auch gar nicht daneben. Nie! So. Der Kampf ist jetzt gewonnen. Dankeschön. Da kannst du von mir aus Amnesie machen, wie du willst. Es ist mir sowas von scheißegal. Es ist mir so egal, Quappo. Also, solange er jetzt nicht irgendwie noch einen Hyperheiler hat oder so, bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Aber Amnesie ist schon ein ziemlicher... ...Ziemlicher... ...Eis-Move. Gerade wenn mein Stahlos auch speziell ist. So, Eisenschweif. Ah! Ey, es trifft aber auch immer! Es trifft immer! Und ich kann von Glück reden. Ich kann wirklich von Glück reden. Dass ich das Quappo verbrannt habe. Das Quappo hat jetzt nicht gerade wirklich Milchgetränk gemacht, oder? Das ist dieses... Dieses... Scheiß-Quappo hat jetzt nicht gerade wirklich Milchgetränk gemacht, oder? Oh... Boy! Oh Gott, nein! Amnesie, Pilzspruche, Eisenschweif und Milchgetränk. Oh... Boy! Das gefällt mir absolut gar nicht. Oh! Das macht viel zu viel Schaden. Das macht einfach Spoof-Beal-Schaden. Danke, die Verbrennung schadet, Quappo. Darf ich Blut machen? Oh Gott. Das macht Milchgetränk! Hör doch auf! Hör doch auf! Kann ich mal irgendwie einen Volltreffer machen, oder so? Oh. Oder auch nicht. Wie viel AP hat Eisenschweif? Wie viel AP hat Eisenschweif? Ich muss mich nur darauf einstellen, ob es jetzt wirklich viel ist oder wenig. Oh, super! Es macht Pilzspore! Nice! Eisenschweif hat 15 AP. Okay. Okay, das heißt, lange angreifen wird es nicht mehr können. Und Eisenschweif geht mal daneben. Sehr schön! Sehr, sehr schön! So, und jetzt... Oh! Ein Crit! Milchgetränk! Oh! 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 Was das Lock nicht einfach wird! Na! Gerade auch weil ich dann das Move Set komplett gerandomiste habe, die Trainer Pokémon komplett gerandomist habe, die Wilden Pokémon komplett gerandomist habe, die Starter Pokémon komplett gerandomist habe, und sie auch ein bisschen stärker gemacht habe. Aber, dass mir jetzt ein Quapo mit Milchgetränk auch noch die Suppe versalzen will, schmeckt mir gar nicht. Und ich will auch nicht wissen, wie es Milch bekommt. Ich will nicht wissen, wie es Eisenschweif macht und ich will nicht wissen, wie es Milch bekommt. Es ist mir vollkommen egal. Auf jeden Fall macht es jetzt nur noch Milchgetränk. Hat es keinen Eisenschweif mehr? Ich meine, mir kann es egal sein. Mach ruhig weiter so. Das ist kein Ding. Wenn er nämlich nicht mal Milchgetränk mehr hat, dann habe ich auf jeden Fall den Kampf gewonnen. Dann muss ich ihn jetzt halt so ein bisschen ausstallen. Wenn du meinst, bitte. Ich habe doch 15 Mal Blut. Pilzspore kann daneben gehen. Okay. Auch gut. Pilzspore... Und? Äh... Ja. Das ist natürlich die Frage. Macht er das jetzt mit Pilzspore extra, weil er nichts mehr machen kann? Weil bis jetzt er greift mich auch nicht mehr an. Also ich gehe mal davon aus, dass er auch... Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er auch nicht mehr Eisenschweif hat. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er nicht mehr über Eisenschweif verfügt. Das heißt, ich könnte jetzt Niklas rausholen und dann Absorber machen. Dann kann ich mir wenigstens auch ein paar Kaffee zurückholen. Das Quappo macht einfach die ganze Zeit Milchgetränk. Ich will das nicht. Ei, 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 ei. Komm schon. Das ist mal ein Milchgetränk. Warte mal. Wie viel AP? Hä? Wow. Ich habe unglaublich viel Schaden angerichtet. Milchgetränk. 10 AP. Okay. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Langsam werden die AP weniger. Und ich glaube, er kann auch nicht mehr Milchgetränk machen. Das Einzige, was er jetzt noch machen kann, ist wahrscheinlich Pilzbohre und Amnesie. Wobei Pilzbohre, glaube ich, noch nicht mehr wirklich viel ist. Ach du Scheiße, ey. Junge, was für ein Kampf. Ich meine, für den einen oder anderen wird es wahrscheinlich ein bisschen langweilig sein. Gerade weil das wirklich nur Ausdauen ist. Aber sag das nicht mir. Sag das diesem Quappo. Ich bin da nicht dran schuld. Danke. Wenigstens hast du mich nochmal in Schlaf versetzt. So die letzte Runde, die eigentlich voll unnötig ist. Dankeschön. Niklas bekommt 117 Erfahrungspunkte. Nice. Du bist wenigstens froh über deinen Sieg. Ja, bin ich. Weil sonst die Nassauk vorbei wäre. Du Kobold, ey. Mein Gott. Okay. Wir haben uns jetzt echt zu lange mit diesem Kampf beschäftigt. Eigentlich wollte ich mehr erreichen. Aber... Das können wir halt nicht steuern. Und auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Danke ich mich fürs Zuschauen. Für diese etwas komische erste Folge. Aber... Es war auf jeden Fall interessant. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch wieder beim nächsten Mal einschalten würdet. Und dann auch wirklich die Nassauk richtig beginnt. Wir auch dann wirklich richtige Poké-Bälle bekommen. Und dann auch unser erstes Pokémon fangen können. Unser erstes. Unser zweites Pokémon fangen können. Unser drittes eigentlich. Und... Egal. Ich höre auf. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Haut rein. Und... Ciao. Ciao. Ciao.